Willkommen zurück, Leute, zu Darkseiders. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, haben ein weiteres Teil der Abgrundrissung geholt. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Wie viele Stücken? Acht von zehn, da fehlen nur noch zwei. Ja, 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 ja. Hehe. Und haben den Schlüssel des Betrachters erlangt. So, da kam ich halt... Doch, da kam ich hoch. Okay, da... So komme ich aber nicht weiter. Okay. Okay. Jetzt hat sich... Somit hat sich das dann auch geklärt. Jetzt. Ja, Asra El, das weiß ich. Danke für die Info. Du bist noch schlimmer als der ADAC. Das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. So, und wo ist das Portal? Okay, da hinten. Denn wo? Hmm. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich da hoch? Asra El, kläre mich mal bitte auf. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Vielleicht über die... Wenn ich jetzt noch ein... Ein letzter Start. Bin ich frei. Ja, Asra El, der ist schön für dich. Wenn ich jetzt aber noch einen weiteren Punkt finden würde, der diesem erspricht... So, ne? Ne? Hm. Warte mal kurz. Ja, Azrael, das weiß ich. Nein? Eher so rum. Dankeschön. So. Jetzt müsste ich aber eigentlich wieder hochkommen, ne? Ja. Okay. Ja. Und alle Hopper. Geht doch. Und der Weg ist frei. Sehr schön. So. Wie viel Leben haben wir noch? Zwei Pumschädel haben wir verloren. Schade dafür. Ja. So. Und es geht bergauf. Na gut, derzeit geht es bergab, aber das ist eine andere Sache. So, wo sind denn die Gegner? Hallo, Gegner? Gegner, hallo. Ah! Skelette! Wem mich das freut, dass ich hier jetzt Skelette an meiner Seite habe? Brennende Skelette. Noch besser. Ach, komm schon. Jut. Ernsthaft? Noch mehr von eurer Sorte? Könnt ihr eurem Pferd an nicht mal Bescheid sagen, dass ihm hier auf den Keks geht? Nein, könnt ihr natürlich nicht. Jut. Du gehst mir auf den Sack. Und du ebenfalls. So. So. Haben wir es jetzt? Ich hoffe mal. So. Jo, und der Weg ist frei. Sehr schön. Das freut uns doch. Und irgendwie müsste hier jetzt eine... Ist hier jetzt ein Kampf, oder? Komm, kommt jetzt irgendwas Neues. Ja, ein Kampf. War klar. Och, wenn das nur ihr seid. Und ein... Ach du Scheiße. Haben wir die Kreuzklinge ausgerüstet? Ja. Jut. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Jut. Chaosfresser Stuhaufstieg. Chaosfresser voller Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. So, wie viel Stufen haben wir jetzt? Das müsste jetzt das Level abgewiesen sein. Das Endgültige. Aua. Oh, weg da. Ja, jetzt ist er auch anbar. Säscher. Säscher. Jut. Säscher. Ja, auf geht's! Sehr schön Aber das wird jetzt doch unheimlich Schildkrieg sein, oder doch Juts Ein neuer Gegner Neuer Gegner, neues Glück, sehr schön Ein Schildträger Aua Und nochmal Bleib zu Schimper Beauty Ja, das ist die verbesserte Form dieser Langschwertträger wie wir sie schon kennen So Mal kurz das nachschauen Ist hier noch irgendetwas? Hier ist eine Rune, äh, ein Relikt Hier drüben sind noch ein paar weitere Gut, da ist nichts im Keller Hier eventuell, nein Hier eventuell, ne, ne, ne Doch dort Gut, da war der Gegner Der M-Boss So, wie schaut's da aus? Drei Truhen Ein Artefakt Sehr schön Da oben geht's sonst nicht weiter Hier ist's auch nichts Hier auch nicht Da ist dann, denke ich mal, nur der Golem Beauty Na, Kämpfe in Gefällig? Nein Nein Sehr schön Und natürlich dürfen wir jetzt Eine kleine Bombe werfen wieder Nein Oder? Ne, doch nicht Scheiße Das war zu schnell Haben wir hier irgendetwas Gestrüpp Vor uns Yo Äh, Scheiße Tja, Kinder Mach das nicht zu Hause nach Hehe Und natürlich ist das Portal auch wieder weg Leck, leck mich doch fett hier Money Geht ja mal gar nicht So Dort ans Portal kommen wir nicht Schade eigentlich So Genau Und jetzt müssen wir den Sprung auf Laden Äh, den Sprung sei schon das Artefakt Das Portal Himmel, Herrgott Noch eins, ey So Jetzt Sonst kommen wir nicht rüber Jödi So Und ich hab irgendwie das Gefühl Dass gleich Nochmal Gegner auf uns warten Eho Warum denn auch nicht? Äh, noch mehr von diesen Kackbratzen Ach du Scheiße Du bist einmal Hierher zu kommen Ja Ohne mich Wow Wow Alter Alter Und da bin ich vergiftet Na ganz toll Gut, war's das jetzt, oder? Nein Da kommt noch mehr Aua Rechts wie ich Hallo 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 Sag mal Hakt's noch bei euch? Yo Alter Hallo Geht's noch? Hallo Hallo Und jetzt spielt ihr immer wieder Brummkreise Na ganz toll Ohne mich Ne, ne Ohne mich Los, der weg Nicht, dass der wieder auf dumme Gedanken kommt Aua Rechts wie ich So, war's das jetzt, oder kommt da noch was? Ich glaube, da kommt noch was So ein doppelter Hammer, geil Und Ja Zwei von der Sorte Sehr schön Und nochmal Täh Au Au Oh, oh Ja, da dash ich auch noch rein Geht's War's das jetzt, oder kommt da noch was? Das war's jetzt, sehr schön So, kurz mal nachschauen Jo, ein paar Minütchen haben wir noch, sehr schön Äh Was war das eben, bitte? Ich dachte, die Fledermaus Äh, die Fledermaus, die Giftheimies hätten wir bei Tiermarkt gelassen Ja So Was haben wir denn hier Schönes? Hier unten müssen wir eine Truhe sein Eine Zehntruhe, sehr schön So Der Leer Okay Okay, das bringt uns gerade sehr viel Nämlich gar nichts Was haben wir denn hier oben? Nichts Hm Ist irgendwo das Artefakt? Genau hier unten Sehr schön Jo So Hier und Da vorne ganz kurz Sehr schön Und die Kreuzklinge ganz kurz ausrüsten Mal schauen, was passiert Wenn ich das Portal da runter will Ah Sehr schön Wir kommen zu den Schalter da drüben hin Und hier drüben haben wir sonst nichts Sehr schön Nur der Schalter So So Können wir denn jetzt auch Na, ich weiß nicht Eventuell Das Portal weiter Voranbringen Was dahinter ist Weil wenn wir jetzt ganz genau drauf geachtet haben Da haben wir ein kleines Portal gehabt So Durch das Wasserportal können wir nicht Aber hier unten Sehr schön So So Alihoppa Ja Wir sind jetzt hier drüben Auf der anderen Seite des Kores So Jetzt ist die Frage Aller Fragen Wie viel Leben haben wir noch? Ah, es geht Et geht Et geht So Mein gut Du könntest dich auch mal langsam Weiter nach vorne begeben Das wäre sehr schön Wenn wir heute noch ankommen würden Yo Und Ne, jetzt ist es anders als sonst Hier sind Ich glaube, ich mache mal schon ein Portal dahin Äh, geht nicht Okay Servus Okay, jetzt müssen wir ihn irgendwie Da vorne mit dem Locken Okay So Oh shit Jetzt Aua Gut, war das jetzt genug Abstand Ja Sehr schön So So Schnell weg hier Und wir kriegen Schaden Und wir kriegen nochmal Schaden Und wir kriegen ein drittes Mal Schaden Nein, doch nicht Sehr schön Na, dann komm doch mal her, mein Kind Lass dich von mir vermöbeln Na, komm her Mach schon ab Jetzt Ist das genug Abstand? Ja Sehr schön Oh oh Aua Au So Wo ist denn unser Golem-Freund schon wieder? Hier vorne Und er Schnaubt schon Das freut mich doch So Dann komm mal bitte her Und lass dir eine verpassen Yo Sehr schön Dankeschön Mein Freund So Und das dritte Mal Aha So Achso So, okay, B Gut Booyah So Und ich denk mal Ich nehm die paar Folgen hier gerade im Voraus auf Äh, nein, eine Okay, kurz Gut Sehr schön Ne, ähm, eine Chaos-Gestalt oder die Wie heißt das Ding jetzt? Mal kurz gucken Ähm, wap, 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 wap Die Heimsuchung Eine Chaos-Gestalt oder die Heimsuchung Hätte nichts gedacht Überhaupt nichts So So Jo, und willkommen zum nächsten Spiegel-Rätsel Sehr schön So, ich glaub, man muss jetzt mit der Kreuzmenge nur den Spiegel hier umwerfen Genau Dann müsste das wieder weitergehen, ne? Jo Sehr schön Welch ein kniffliges Rätsel So, was sagt denn die Zeit? Jo Leute, an der Stelle beende ich denn den Part für heute Das war's dann wieder mit Darksiders Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal Schausen Ich danke fürs Zuschauen